Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ura, Endys sind alle weg. Ich kann's kaum erwarten, das Zeug auszuprobieren. Hallo, sprech ich hier mit der Polizei? Die benimmt sich jemand ganz komisch. Oh Gott, der wär fast umgefallen. Was? Ungefallen. S12 hier. Wir brauchen einmal die Spusi. Tote Personen hier. Kein RTW benötigt. Guten Tag. Guten Tag. Grüße. Warte. Gute Personen hier. Also, die gekonsumiert. Ja. Was ist passiert? Da oben ist die Polizei und sucht die ganze Gegend ab. Was machen wir jetzt, Boss? Wir bringen die Ware hier raus. Solange sie hier sind, ist sie nicht sicher. Vorerst verstecken wir sie im ersten Mal. Ja, aber es wird erledigt. Beallt euch, ihr Idioten! Danke. Mist, die Bullen! Los weg hier! Los weg! Los weg! Los weg! Los weg! Los weg! Hendo! Super, supergale Bonbons verlassen! Wir wollen raus. Wir sind zu Unrecht festgenommen worden. Ich hab doch nur mit Borgens Morgens gespielt, wer nicht? Wir wollen raus! So Hilfe, jetzt hilft uns doch jemand! Hilfe! Schnauze jetzt! Kamera läuft. Warten noch kurz, dass der Handler weg ist. Tun bitte an die Klappe, dass du den Ton auch hörst. Die Klappe. Klappe. Er soll nicht direkt rauskommen. Ne, du sagst Szene 1.0 die zweite. Szene 1.0 Take 2. Klappe. Sag ruhig die Szene an. Was soll ich denn sagen? Sag ruhig Szene 1.0 die erste. Und dann klappst du. Geh nochmal zurück. Genau, der Schauspieler geht da rein. Geh mal rein. Geht doch nicht, abgeschlossen. Stopp, zurück bitte. Mach nochmal so. Boah, ich kann es kaum erwarten. Nicht schlimm, mach nochmal. Alle guten Dinge sind 3. Das war aber besser. Das war aber der Klappe. Alle guten Dinge sind 4. Klappe? Szene 1.0, Szene 1.0. 6, take, 1, 2. Was machen wir jetzt? Was wir jetzt machen, keine Ahnung. Er nimmt sich auf. Hast du schon mal Kamera gemacht heute? Okay, ab hier müssen wir eh schneiden, weil ich zu sehen bin. Szene 1.7, take, 1. Klapp ruhig. Hallo, spreche ich hier mit der Polizei? Da ist jemand, der benimmt sich ganz komisch. Oh Gott, der wäre fast umgefallen. Was? Oh Gott, der fährt... Fällt der irgendwann auch um? Und bitte. Hendo, lass dir die supergehalten Bomben abtreiben. Nein, ich renne den. Vielleicht gießt du ein bisschen dann auch mit, ne? Ich krieg dich rein. Nummer 9. Der Gorilla mit der Sonnenbrille. Oh la la la. Liebt das Blaus und nicht das Schlimm. Oh la la la. Das ist, dass jemand lange rausbrennt. Szene 7 ist... So fang ich den hier mit links, rück, links... woanders, links... Also... Professionelles Set. Sag mal bitte Bescheid, wenn du mich fühlst. Und ich auch lächel. Mark! Mark! Jetzt lächeln! Ja, aber es wird erledigt. Behalt euch, ihr Idioten! Ist geil, ne? Ist echt geil. Aber du filmst dich jetzt nicht so, wie ich hier so... wenn du trägst? Doch. Also guck mal. Das ist die Polizei. Der ist ganz... Arbeitet ganz hart. Hat hier überall seine Waffen hängen. Oder wo ist... Hast du einen dabei? Ja. Cool für so ein Handy-Ding. Ne? Hi! Ich hab immer noch ein bisschen Probleme mit dem Bewegen. Hallo! Oh moin! Hi! Ich kann das nicht mal halten. Das ist nicht das Werk. Kamera läuft. Und Klappe bitte. Szene 3.6. Take 2. Und jetzt gehst du komplett in die Tür. Jetzt gehst du aus die Tür raus. Ne, da sieht man dich auch. Geh mal zu Mark und den anderen. Ihr lauft einen Bogen einfach... Hab ich heute Morgen nie gemacht. Ich rauch mir meistens durch die Haare, wenn ich da Gel in habe. Hast du Haarkleber? Ne, hast du dabei? Ja. Ja? Würde ich nehmen. Ich benutze nie Haargel. Klappe bitte. Szene 2.0. Take 3. 1.0. 2.0. 4.3.0. 3.0. Warte mal. Ganz kurz. Ich sollte erst anfangen. Szene 3.2. Take 1. Ab Ende gibt es Koks für alle. Ich weiß noch nicht wo. Ich habe keine Ahnung wo du abgestochen bist, deswegen habe ich ja immer gefragt. Ich habe gerade gesagt, ich habe gerade gesagt, ich habe gerade gesagt. Noch mal. Mach noch mal. Ich will kein wenig. Ich versteh... Hilfe! Schnauze jetzt! Der war raus. Besonders weil die Emma aufs Wohl gemacht hat. Wenn du so weiter machst, freut mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017